so grüßt euch jetzt wollte ich sagen diesmal habe ich vier nerdige also den kenne ich der heißt stage oder so ja das weiß ich auf jeden fall vier nerdige schlüsselanhänger ich fange jetzt einfach mal so an dann hätten wir einmal den hier den weiß ich nicht kann ich überhaupt nicht zuordnen dieses komische schwarze drachen ding von der qualität her sind die schlüsselanhänger gar nicht so scheiße ich glaube ich würde früher oder später bei der hier unten wahrscheinlich abreißen weil die quality nicht so geil ist dann sollte man den vielleicht hier mit durchziehen so sieht er auf jeden fall aus den habe ich schon mal gesehen das weiß ich aber auch den kann ich jetzt gerade mal wieder nicht zuordnen so sieht er aus ist von der qualität her gut was ich ganz cool finde ist eigentlich diese naja diese nicht gerade hochwertigen ringe wo man hier dann noch an der seite ich will meine schlüssel wahrscheinlich alle hier durch machen oder noch mal separate schlüssel ringe dran machen dann hätten wir hier hello kitty hello kitty kenne ich die geil aus ich finde die von der verarbeitung da sind die nicht scheiße so die fühlen sich auf jeden fall wertig an es sind jetzt nicht so der billigste plastikmüll ever sondern die sind wirklich okay gut die sind jetzt alle nicht so mache ich dir meine schlüssel ran ich weiß es nicht aber wahrscheinlich nicht hello kitty die ist mir einfach zu hell man hat ja auch immer mal gerade auf der arbeit so irgendeinen dreck der eine tasche den den könnte ich mir hier noch vorstellen ich glaube den werde ich mir dran machen da werde ich mir dann wieder ein bisschen den unmut meine arbeitskollegen oder dumme sprüche meine arbeitskollegen anhören müssen aber es geht auf jeden fall schlimmer oder oder den hier der ist der ist auch doch den den finde ich geil ihr könnt mir immer sagen von was das ist ich weiß es nämlich wirklich nicht ich wünsche euch noch einen wunderschönen nördigen tag lasst mir gerne ein kommi da lasst mir ein abo da links für die dinger sind unten drunter wenn ich es finden sollte ansonsten bis denn dann